Hallo. Hallo. Servus. Ja, wir sind, wir finden uns hier in der Villa Stuck Museum. Kannst mal einmal mit der Kamera rumgehen. Mit der Kamera? Okay. Das ist ein Kühlstück. Da hinten. Dieses Jahr wurde das jetzt gemacht. Das ist jetzt im Museum, oder? Ja, genau. Und wir sind gerade dabei im Videodrehen. Das ist der, wo das Lied aufgenommen hat. Der Uli. Hallo. Das ist der Kameramann, der Max. Das sind die Musiker. Das sind die Musiker. Das wird schon mal ganz toll. Was macht ihr denn hier? Ja, was machen wir denn hier? Wir arbeiten jetzt an einem Video. Wir haben ein neues Lied gemacht. Das ist der Drehort. Wir drehen jetzt das Video hier. Wir springen, tanzen, singen. Keine Ahnung, was uns einfällt. Sparsam. Sparsam, oder? Einfach halt, die Technik ist ja schon aufgebaut, wie man sieht. Okay. Dann schauen wir uns mal den Platz an. Da bin ich mal gespannt. Wow. Das sieht aber schon sehr toll aus. Hier fangen wir an zu drehen. Und die Kamera da. Armarm. Hier, Armarmarm. Das ist alles der Dreh, oder? Das ist der Drehort. Das ist Kaffee aus, ja. Da gehen wir auch später rein. Mhm. Und... Ohne die zwei hier. Okay. Kameramann. Pulsstudiamann. Das ist schön. Ja. Okay. Noch eine Frage. Was wollt ihr mit diesem Video erreichen? Äh, was wir erreichen wollen mit dem Video? Mhm. Ja, viele Klicks sage ich mal so jetzt. Und dass alle... Und dass alle Spaß haben an dem Video. Mhm. Dass es Freude macht, das Video. Und wir sind, sagen wir mal, sehr gut dran, das wirklich gut zu machen. Das ist schön. Das hört sich sehr gut an. Und hiermit... Ja, schön. Geben wir schon weiter an... Was soll? Uli, oder? Aha. Ich gebe mal weiter an Uli. Hi, Uli. Wie schon? Ja, was gerade schon hier gemacht wird, ist, dass schon gespielt wird. Die Jungs gruben sich schon ein. Geh doch da mal hin. Komm. Ja, Ich hab's gerade gesagt. Was ist das? Damit werden wir jetzt das Video und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wenn das Video fertig ist, dann bis zum Schluss. Danke. Tschüss.